Das ist ja eigentlich der Jason Part 3, das heißt Der hat schon einen hohen Level Ja Wo bist denn du? Beim großen Haus Okay Ich bin da, wo jetzt die Batterie hingeschmissen wird Oder soll ich die gleich einbauen? Wenn es geht und du schnell einbauen kannst, rin damit Oh, er ist hier Oh, na dann nicht Das ist beim großen Haus Ja, und da bin ich dann bei mir Er präpariert mich vielleicht für Falle Warte mal, ich muss mal hören, ob er reinkommt Oh, ich habe einen Autoschlüssel Ich schmeiße die Batterie einfach mal vors Haus Oh, die sind alle hier drin Ja, er steht vor der Tür, er versucht die Tür einzuschlagen, kriegt es aber nicht hin Vielleicht sollte ich dann zu einem anderen Auto gehen Ah, da unten ist ja auch nochmal ein Auto Dann gehe ich unten zu dem Auto Wir verstecken uns alle hier in dem Haus gerade Alles gut Lenkt ihn ab Ich blitz zu dem anderen Auto Oh, oh, er schmetzelt schon weh Oh, oh Oh, es ist blauer Auto hier unten Oh, fuck Ich gehe auch aus dem Haus raus Ich springe raus Ich habe ja Heildinger Fuck, er kommt natürlich Ich bin raus Oh nein Wo ist er denn? Wann kommt der jetzt hier raus? Wieso denn der Mist? Ja, weil er sich die Batterie einmal versemmelt hat Fuck Ich bin wieder im großen Haus War gleich War eine Nullblume Fuck, er ist bei mir Und ich habe noch gar keine Waffe mehr jetzt natürlich Ah, bei sie Rennst du ganz schnell rüber Willst du mir nicht gönnen Wer ist? Nein, die andere hier Da rennst du ganz schnell Oh, hier kommt die Fuse hin Deswegen ist er hier Ah Wo seid ihr denn? Beim großen Haus Beim großen Haus, ja Ich habe noch Gas gefunden Er ist irgendwie weg Er ist hier beim großen Haus Die Mucke ist an Irgendwo hier ist er Ich weiß nicht genau wo Oh ne Ihr lauft doch gerade alle in eine Richtung Ne, ne Er ist beim Haus Ich bin im Haus Und ich höre die Musik Ok, er kommt die Straße runter Ok, ich gehe wieder unten zu dem Auto Warte mal, wo ist denn unten? Das wäre eigentlich ganz cool wenn du mir da Ah, bist du da? Ne, noch nicht Oder tankt da gerade jemand? Oh, oder dir tankt gerade jemand? Das ist doch gut, oder? Ja, aber ich habe gerade Tank in der Hand Und wollte es da hinbringen Ich dachte, du hast die Batterie Die habe ich schon längst eingebaut Oh, dann habe ich die Autoschlüssel Dann können wir da reinkommen Ja, dann komm runter zum großen Auto Es fährt schon weg Es fährt schon einfach weg Alleine? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht Aber ich vermute es Oh Spiel verlassen Zwei hat er Ja, er versucht gerade das Wo habe ich denn jetzt den scheiß Tank hingeschmissen? Den bringe ich jetzt zum anderen Auto Ja, ich sehe den Tank Ich muss kurz rasten Ich bin runtergerannt Wie so ein Brenner Fuck, ey Er ist jetzt zwar beim anderen Auto Aber ich muss jetzt halt auch erstmal da zu deinem wieder kommen Was ist denn da noch alles? Da ist ja noch gar nichts gemacht Er ist schon wieder hier Wo? Wo ist hier? Bei uns Hinter dir bin ich Oh Gott! Was ist passiert? Boah! Er hat mich Ich habe keine Waffe Weg! Ich verstecke mich jetzt Ich renne ins Haus Wo bist du? Na, ins andere Haus Ein kleines Haus Gott, zum Glück hat er daneben gekrascht Oh oh, er kommt rein Und er macht das Licht aus Was ist passiert? Ich brauche erstmal eine Waffe Oh, er kommt her Er kommt rein zu mir Ich komme runter zu dir zum großen Haus Warum? Dir gibt es nichts Ja, weil irgendwo muss ich hin Ich habe keine Waffe und nichts Ich bin hinten im kleinen Kämmerchen und habe mich eingeschlossen Oh, dann mach doch auf Warum willst du denn auch rein? Nee, jetzt lass zu Ich bin weg Ich bin weg Nein, du bist ja noch drin Ja, ich bin dran vorbei Keine Ahnung Ja, er kommt Kommt er zu dir oder zu dir? Nein, nein, er ist hinter mir her Er ist aber schon wütend Ist er weg? Ja, er hat mich Er hat mich gekrapscht Ah, er hat mich, ich bin tot In der letzten Sekunde konnte er mich noch Alter, er hat einen neuen Kill Alter, er hat einen neuen Kill Den hat man noch nicht Du bist beim Auto, oder? Ja, er ist direkt da beim Auto Fuck, ey, ich brauche eine Waffe Was mache ich denn jetzt? Ähm, ich habe eine Waffe und die Autoschlüsse und Highspread Liegt direkt vor der Tür Ist er da noch? Nee Einer hat den Pulli geholt Bei ihm Da ist auch das blaue Auto Aber das blaue Auto haben sie irgendwie so geparkt, dass es nicht mehr beweglich ist Wo ist denn deine Kack-Waffe? Keine Ahnung Er findet hier kleine Waffe Er kommt, ne? Ich sehe es Oh Gott, er hat das eine Machete Ja, na gut ist es nicht Was soll es denn auch bringen? Er ist wütend, glaube ich Er ist nicht wütend, er kommt raus Oh Das war gut Hast du die Tür zugeschlossen? Du hättest wenigstens die Highsprays nehmen können, ne? Die da lagen Eins, da lagen drei das vor Ich habe alles voll hier, deswegen Ich habe so eine scheiß Waffe Ja, das war leider zu spät Ich habe eh ein Messer, deswegen ist es egal Naja, du machst es Jetzt geh doch aus dem Fenster Ja, ja, ist ja gut Und jetzt wieder rein ins Haus über den anderen Weg Und dann die Highsprays von mir holen Ja, er wird sich morphen sicherlich Ne, er ist hier irgendwie rechts rum Ich weiß nicht, warum? Da ist er Wo? Da rechts neben dir Jetzt geht er hinten raus Da ist mein Highspray und alles Eins war nur einmal benutzbar Eins war zweimal Ja, das habe ich natürlich genommen Fuck! Brauche ich hier doch keine Waffe Ja, das Haus Haben sie dich schön wieder offen gelassen Lauf! Oh, scheiße Wiggle! Scheiße! Ui! Da macht er dich aber nackig Wusch! Alter Latz! Wer zeigt das mir? Schnetzel! Da ist du! Ui! Gesundheit! Da hat er dich nackig gemacht Ja! Da steht sie da mit dem Pulli Die hat anscheinend die Fuse Okay, sie latscht rein Wie weit bin ich hier nicht? Oh! Das Trinkpäckchen, ja! Oh! Der ist aber auch gut Ah, das ist die letzte Na gut! Wäre schön, dass die anderen Entkommen sind Entkommen sind Wie denn eigentlich? Ja, mit dem Auto Ich habe die Batterie eingebaut Dann wollte ich mit dem Tank dahin Und da hat der andere schon getankt anscheinend Es lebt doch noch wer Ja, stimmt Die versteckt sich im Schränkel Wer weiß wie lang schon Wer ist denn entkommen? Der nicht mehr drin ist wahrscheinlich im Spiel, oder? Nö, es ist keiner entkommen Das Auto war hinten aufgebockt auf einem Stein Ja? Ja, ja Siehste mal Oh, jetzt springst du raus Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist Eigentlich könnte man sich in einem Schrank verstecken Und vorne dran eine Falle aufbauen Und dann kommst du aber auch nicht mehr raus Und du kommst auch nicht rein Ja, du musst sie halt so hinstellen Also du müsstest reingehen und wer anders müsste sie hinstellen Eigentlich geil Jetzt hast du keine Waffe mehr Die Machete musst du dran glauben Jetzt hat sie noch meinen Highspray Da lieg ich Wie weit werde ich hier eigentlich noch über die Map gekickt? Da kommt er Und da mofft er sich Und da hat er sie Oh gut, das war gut Ui Angeschnipst Ja, die Kackmachete, ey Ach Macht aber auch kurzen Prozess Alles Der macht das aber auch alle mit einem unterschiedlichen Killplatz Ja, cool War gut gemacht War Er war gut, er war einfach gut Er war gut, er war gut, er war gut, 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 la 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 Dann sind Digital Ausgestinkt Das war der Sting mit dem großen Ping Das hört sich irgendwie komisch ab Ja Der Fynn war aber mit Blutspritzern, das kann nicht nichts sein Boah, wir haben ja zwei dabei, die haben einen ziemlich hohen Ping Stink Und dann ausgerechnet der noch Jason ist. Naja, aber der hat nicht unbedingt einen Vorteil. Nun ja. Ist ja ein externer Server. Wenn er dann so ransaugt. Wo bist denn du? Ich bin ganz, ganz im Westen beim Auto. Und er ist hier. Okay, ich bin auch im Westen, oberhalb des Autos in dem Haus. Ich habe die Autoschlüssel. Ich hau ab, ich gehe ins Klohäuschen in die Mitte. Dann gehe ich mal hoch ins Paddelhäuschen. Jo. Also wir können uns ja dann wieder da treffen. Am Paddelhäuschen? Da ist irgendwer ganz im Westen, wo ich gerade war. Ich hoffe, das bist nicht du. Oh, jetzt kommt die Fuse hin. Bei der Toilette? Ja. Oh ja, er ist immer noch beim Auto. Oh, hier war aber schon jemand. Alles geludet und die Türen nicht zugemacht. Jep. Daran erkennt man es. Wo? Wo bist denn du? Beim Klohäuschen. Oh, ich habe Angst. Gehe ich denn hin? Also ich bin jetzt im Osten drüben. Ja, so weit drüber will ich nicht. Bist du beim Auto noch, bei dem anderen? Nein, im Osten. Beim anderen Auto. Da, wo du, hast du Benzin gefunden? Hä? Im Osten ist kein Auto. Naja, es gibt oben Osten. Natürlich. Guck doch mal auf die Maps, Schatz. Das ist im Norden. Im Norden ist ein Auto und im Westen ist ein Auto. Im Osten sind nur die Häuser. Ja, aber dann bist du irgendwo in der Mitte wohl eher, oder? Warte mal, hier labert mich irgendwer voll. Wer labert mich denn hier voll? Ist auch komisch. Mal kannst du alles stumm schalten von vornherein, mal geht's nicht. Och doch, bei mir geht's eigentlich. Ich klicke sie halt jetzt tausendmal an. Ja, dann geht's, dann geht's. Aber ich hab's da von vornherein stumm geschaltet. Und eigentlich funktioniert's immer. Eigentlich immer. Hast du jetzt alles gelootet da unten bei dem Werkzeughäuschen? Hast du einen Autoschlüssel? Ja. Hast du jetzt alles bei dem Werkzeughäuschen gelootet? Äh, ja. Okay, ich hab jetzt den Autoschlüssel gefunden, hab mal wieder zurückgelegt. Ja. Ich bin jetzt beim Schießstand. Bringt mir nischt. Oh, die Fuse ist da. Ich weiß ja, wo sie hinkommt. Na dann. Hä, wo renne ich denn hin? Wir können uns beim Toilettenhäuschen treffen, dann helfe ich dir. Weh, der nimmt die jetzt weg. Oh, scheiße. Oh, ist ne mehr. Ja, klasse. Hä? Er rennt weg von mir. Ist doch gut, vielleicht verfolgt er eigentlich jemand anderen. Er rennt. Did you see me? Did you see me? Hat er sich wahrscheinlich irgendwer versteckt gerade. Im Schrank oder so. Hast du die Fuse jetzt? Ja. Na dann, hopp. Ich renne jetzt wieder zurück. Aber ich muss erstmal einen Stopp machen bei dem anderen Häuschen. Wo der Schlüssel ist, oder was? Ja, da muss ich jetzt nochmal rein. War hier nochmal ein Versteck irgendwo, dass ich mich nochmal ausnüchtern lassen kann. Schön im Schrank. Also, ich bin jetzt schon direkt beim Telefon. Ja, kannst du mal gucken, ob du vielleicht hinten das schon deaktivieren kannst? Ich hab kein Messer, ne. Aber wenn du eins hast, ist ja perfekt für die Falle. Ich warte hier. Warum läufst du da immer noch so rum? Ach, weil ich zu doof bin, dieses komische Map-Teil da unten zu lesen. Ich renne den größtmöglichen Weg ums Haus. Ja, das merke ich. Er killt grad jemand, deswegen passt das grad perfekt. Okay. Aber ich, warte mal, ich kann's nicht einbauen. Ich bin die Schwarze, die ist gut in Ausdauer, aber brauche ewig. Ach so. Aber hier ist nix. Ich leg's dir hin. Ach so. Ich weiß nicht, wo's ist. Hier hinten. Hinten dran halt. Hinten, wo keine Tür ist. Dann geh rein, auf der anderen Seite ist das Telefon. Ich glaub, er kommt her. Er ist zumindest in der Nähe. Wo ist die andere Seite? Hier ist kein Telefon auf der anderen Seite. Doch. Er ist hier, ne? Nein, er ist nicht hier. Wo wollen wir denn hin? Nein, das ist nicht ein Prank. Oh mein Gott. Oh, jetzt ist er da. Müssen wir raus, oder? Ja, hier ist zu unsicher. Wir können erstmal ins Haus rechts. Oder da, wo du einen Schlüssel hattest? Er ist hier. Er kommt, er kommt, er kommt. Wo du einen Schlüssel hattest, oder? Na, jetzt läufst du hier eh dahin. Ja. Es kam keine Reaktion. Irgendwohin. Er ist hier. Er verfolgt mich. Komm rein. Jupp, bin drin. Weg, weg, weg. Oh. Oh Gott. Oh Gott, braucht er lang? Ach doch, er ausübt sich rein. Ja, okay, raus. Ich gehe zu dem Haus, wo der Schlüssel war. Spring rein, bitte. Ja. Oh nein, hier ist eingeschlagen, hier ist eingeschlagen. Fuck. Mann, war das hier Glück. Ich muss hier raus. Hier liegt ganz viel Zeug. Tut mir leid, ich muss raus. Oh, er hat mich. Warum war der so schnell? Oh Gott. Oh nein, er hat mich. Bist du tot? Yep. Alter, war der schnell jetzt hinter mir. Noch zwei. Du und jemand anders. In dreieinhalb Minuten haben wir die zwei. Oh, er ruckelt echt ohne Ende. Oh, die andere ist auf einem Stein. Die mit dem hohen Level natürlich. Der andere versteckt sich unterm Bett. Oh, wie viele Tote sind denn hier? Ja, das war ich. Ja. Hallo? Äh, wenn der Ping echt am Arsch ist. Nee, das war nicht der Ping, er hat sich gemorpht. Ja, aber ich habe A gedrückt zum Reinspringen. Ich bin Tommy Jarvis. Sehr gut. Ich habe A gedrückt und es ist nicht reingesprungen. Du bist jetzt tot? Nein, nein. Ich habe ein Messer gehabt. Okay, ich komme zu dir. Oh, ich bin so dumm. Einfach nur dumm. Richtig dumm bin ich. So dumm. Ist er drin bei dir? Jetzt ist er drin. Ja, ich bin aber raus. Ich will ihn anschießen. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich bin ein Haus weitergegangen. Ja, alles klar. Okay, gut. Oh Gott, ich habe sonst wohin geschossen. Der Klassiker. Bist du noch drin? Ja, ich bin hier drin. Natürlich bin ich drin. Okay, alles klar. Ich komme zu dir rein. Super. Das einzige Fenster kaputt gemacht. Nein, hier ist es warm. Vorgeschläger. Oh, ne. Wo? Hier hinten. Gibt es da noch was? Alles klar. Walkie-talkie. Ja, gut. Ist er reingelatscht? Ja, aber wir bleiben zusammen. Wir bleiben zusammen. Wir müssen hier schlagen. Wir müssen durch die Tür raus. Okay, er haut auch drin. Nein, er haut ab. Kommt. Ich gehe ins Tommy Jarvis Haus rüber. Wie, er haut ab? Er ist einfach nach links gelaufen. Ja, er haut ab, sage ich doch. Er ist weg von uns. Das ist abhauen. Meine Güte, er ist schon wieder hinter uns. Ich weiß. Komm hier durch und mach zu. Na gut. Wo bist du lang? Rechts. Genau, jetzt wieder ins andere Haus. Ne, warte mal. Hier wieder rein. Hier wieder rein. Ich bin vorne wieder. Ich gehe wieder hinten raus. Ich bin wieder hinten raus. Ich gehe wieder zu dem Schlüsselhaus. Oh Gott, er ist bei dir. Ja, er ist bei dir. Ich habe keine Ausdauer mehr. Das Gute ist, dadurch, dass sein Ping so schlecht ist, kann er mich auch nicht richtig erwischen. Ich bin leider hier, weil... So, ich muss eins weiter. Ui. Du musst mir helfen, ne? Wenn er mich grabscht, bin ich im Arsch. Oh Gott. Ich habe gerade an ihm vorbeigeschlagen. Bist du bei mir in der Nähe mal? Ja, keine Ahnung. Oh, super. Jetzt kletter ich gerade zu ihm rein. Perfekt, super. Gut. Du hast ja deinen Baseballschläger wieder. Jetzt gehen wir ins andere Haus, gegenüber. Komm, hier rein. Wo bist du denn? Komm. Ich musste mir auch mal noch Highspiel holen. Er hört mich schon wieder. Gut. Komm wieder raus. Und wir schließen die Tür dann von außen zu. Mach doch auf. Es geht nicht auf. Er liegt im Weg. Doch, bei mir steht... Bei mir stand A. Ich gehe raus. Bei mir stand auch A. Es ging nicht. Geh weg, geh weg. Er hat mich. Ja, du brauchst nicht so Vorwürfe zu sagen. Ja doch, weil du da mit deinem dicken Arsch hier... Ja, was kann ich denn dafür? Wo ist die Polizei? Wo muss ich hin? Lebst du noch? Ja. Unten, direkt bei uns. Direkt bei uns. Oh Gott, was machst du denn? Ich renne jetzt zur Polizei. Er ist hinter mir her. Nein, er ist hinter mir her. Und ich habe keine Waffe. Nein, er ist hinter mir her. Ich bin bei dir. Ich muss nochmal weg. Ich muss nochmal ins Haus. Ich schaffe es sonst nicht. Er ist hinter dir her jetzt. Du kannst weglaufen. Nee, das habe ich wahrscheinlich nicht von der Ausdauer. Oder doch, schaffe ich. Alter, wie hast du das gesehen? Nee, kannst du ja gar nicht sehen. Was soll ich nur sehen? Ich bin reingelaufen zur Polizei. Und ich wurde schon so langsam, weißt du, weil die Sequenz kam. Und dann hat er mich gepackt. Ich weiß nicht, wie das ging. Die Polizei hat ihn erschossen. Und dann haben sie ihn erschossen. Ja, das ist doch oft so. Witzig. Nee, aber nicht, dass er mich nochmal krapschen konnte. Doch. Soll ich noch nicht sehen. Oh, fuck you, ey. Oh. Der eine ist immer noch unter dem Bett. Oh, er ist immer noch bei dir, ne? Ui. Oh, der ist so nervig, ey. Kann der nicht mal wen anders jetzt? Schaffst du es nicht zur Polizei? Oh Gott, ist er nach vorne natürlich? Ja. Oh mein Gott, der ist schnell. Er ist so schnell. Schaffst du es nicht. Oh Gott, ja. Oh. Da ist er noch gestolpert auf dem letzten Zentimeter. Das war mein Glück wahrscheinlich, dass er gestolpert ist. Alter. Er war auf einmal schneller als ich, obwohl ich gesprintet bin. Er ist super schnell gewesen. Aber er hat echt so einen schlechten Ping. Ja. Er hat so oft daneben geschlagen und gegriffen. Wir haben uns vorhin wieder ein bisschen angemeckert. Du, mich? Ich habe die mit ihrem dicken Hintern. Versperrt mir den Ausweg. Ja, was kann ich denn dafür? Du sagst, drück A, drück A. Ich drücke jetzt hier mal A. Es geht. Ja, kann dir halt die Tür nicht aufmachen, wenn Jason da vorliegt. Geht halt nicht. Das ist unnötig. Das ist einfach unnötig. Boah, der liegt hier echt unterm Bett oder was? Ja, vielleicht muss da für Schuhe stehen. Aber der hat auch einen hohen Level, der jetzt Jason hat. Der hat die Machete. Oder hat der Jason immer die Machete? Nee. Der hat die Gartenschere. Na, stimmt. Er hat einfach einen scheiß Ping. Das ist eindeutig sein Nachteil. Oh, das nervt so dieses dumme Rumgetanze. Alter, er ist so schnell, oder? Ja, er ist so schnell, aber guck mal. Er sieht das viel später. Er hat keine Chance. Sie hat die ganze Zeit den Glitch vorhin genutzt und war auf irgendeinem Felsen. Sie soll jetzt da reinlaufen. Ach, das ist dieser 150-Charakter. Ja, genau. Na ja, den einen Typen kann er eigentlich kriegen. Da rennt sie die Straße entlang. Ganz feige hat sie sich irgendwo versteckt. Und dann die schlechte Internetleitung von Zhang Chikorakung ausgenutzt. Was labert der Typ eigentlich hier im Zett? Keine Ahnung, ich habe alle lautlos gemacht. Ah, da ist er. Camp Shore Path Path. Hast du das eigentlich Path oder Path? Ach, der hat einen Bug, hat er gerade gesagt. Wer? Der Typ. Er steht eigentlich vorm Bett anscheinend und er kann nur die Luft anhalten, nichts sonst machen. Oh, ich höre ihn. Ich auch. Ah, okay, er kann anscheinend nicht... Doch. Guck. Hä? Ganz komisch. Man sieht seine Stiefel jetzt. Ja. Die Stiefel hat man die ganze Zeit bei mir schon gesehen. Deswegen, das war das Komische. Die Stiefel bluten. Mega strange. Ja, er kann auch nicht töten. Why am I still here? fragt er. Tja. Can I do something? Er weiß nicht. Aber er ist auch tot. Ja. Er ist eigentlich tot. Er steht jetzt tot da. Und es tut es wie mich. Guck mal da, jetzt bewegen sich die Füße wieder. Also, das hatten wir auch noch nicht. Wenn ich Jason immer wieder reinkomme. Tja. Jason, du musst leider das Spiel verlassen. Jason do something, sagt er auch. Guck, er kann immer noch die Luft anhalten. Ja, aber er ist eigentlich tot. Ja, keine Ahnung. Einer muss das Spiel verlassen. Ich möchte meine 500 Punkte kriegen. Da kommt er wieder. Can you see me? Ah, dreckige Stiefel gegen saubere Stiefel. Ja. Ach, Jason, komm. Beat me, sagt er. Schlag mich. Wo ist denn das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Na gut, also die Aufnahme werde ich jetzt nur beenden. Auch wenn wir jetzt noch dranbleiben. Aber ansonsten war die Runde ja ganz geil. Ja. Auch wenn ich gewonnen habe, weil Jason so schlechten Ping hat. Sonst hätte der mich wahrscheinlich platt gemacht. Nö. 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 Kein Fall. Nö. 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 Vielen Dank.